Hallo, ich habe eine tolle Nachricht für Sie. Am Donnerstag packen Sie am besten Sonnencreme, die Sonnenbrille und einen Ventilator in die Handtasche, bevor Sie das Haus verlassen. Es wird sonnig und heiß in unserer Stadt. Danke. Auch der Donnerstag bringt hochsommerliche Temperaturen. Die Sonne strahlt bis in die Abendstunden bei Werten zwischen 18 und 34 Grad. Die Nacht zeigt sich leicht bewölkt, bei Temperaturen um die 19 Grad. Die Temperaturen bleiben auch am Freitag im höheren zweistelligen Bereich. Hin und wieder verdecken zwar einzelne Wolken die Sonne, das Thermometer klettert aber dennoch bis auf 34 Grad. Am Samstag kommt es bereits am Morgen zu Blitz, Donner und Niederschlag. Dabei steigt das Quecksilber auf Werte von bis zu 22 Grad. Am Sonntag sinken die Temperaturen auf bis zu 14 Grad ab. Der Himmel bleibt den ganzen Tag über bedeckt und es muss mit leichten Regenschauern gerechnet werden.